Hallo und herzlich willkommen hier auf TheBigGreek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video zeige ich euch eine wunderschöne Partie von der vor kurzem zu Ende gegangenen griechischen Mannschaftsmeisterschaft. Die griechische Mannschaftsmeisterschaft, da kann ich natürlich ein bisschen was erzählen. Ich habe da super häufig mitgespielt für inzwischen drei Vereine, für die ich gespielt habe oder vier, ich weiß nicht genau. Die letzten drei Jahre war ich nicht dabei. Ich hatte jetzt in diesem Jahr keine Zeit, um mitzuspielen, habe natürlich aber verfolgt, was so die Klubs gemacht haben. Die Mannschaftsmeisterschaft im Gegensatz zu Deutschland, in Deutschland wird die Bundesliga an verschiedenen Wochenenden in der Regel gespielt, aber in vielen Ländern ist es so, gerade im Süden Europas, dass die Meisterschaft innerhalb von einer Woche als Turnier stattfindet. Dann treffen sich halt super viele Teams an einem Ort und spielen das Turnier durch. So auch jetzt bei dieser griechischen Mannschaftsmeisterschaft. Die Partie hier featuret zwei Großmeister, die ich beide kenne. Athanasios Mastrovasilis mit weiß und Momchil Nikolov, ein bulgarischer Großmeister mit schwarz. Die Teams etc. spielen erstmal keine Rolle. Die Partie an sich ist wirklich cool. Mastrovasilis, ich kenne beide Spieler sehr gut. Ich habe gegen beide schon häufig gespielt. Gegen Mastrovasilis habe ich sogar einen positiven Score, 2,5 zu 1,5 in klassischen Partien. Gegen Nikolov 1,5 zu 1,5. Die Partie gegen Fanasis liegen aber sehr weit in der Vergangenheit zurück. Da war er noch teilweise mit noch einem Jugendalter und nicht so stark. Hat sich besser entwickelt als meiner einer. Ja, es hätte ein Großmeister aus mir werden können, wenn ich nicht so faul gewesen wäre. Anyway, bevor wir beginnen, kennt ihr eigentlich schon meinen Newsletter. Den bringe ich seit Oktober neu raus in loser Folge. Checkt rein. Kostenlos. Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, wir gehen jetzt rein in die Partie, Freunde. Weiß beginnt hier mit D4. Wird ein Knaller. Springer F6, C4, E6. Bei Profis ist das so eine Zugfolge, die sehr gerne angewandt wird, um bestimmte Varianten zu umgehen. Zum Beispiel die Abtauschvariante des Damen-Gambits. Beim Damen-Gambit gibt es D4, D5, C4, E6, Springer C3, Springer F6 und hier C, D5, E, D5. Das ist eine sehr beliebte Variante im Profischach, auch im Amateurbereich. Abtauschvariante im Damen-Gambit. Und wenn man aber zuerst über diese Zugfolge reingeht, D4, Springer F6, C4, E6 reingeht, dann hat man erstmal noch keinen Damen-Gambit mit D5. Und wenn jetzt Weiß Springer C3 spielt, dann muss Schwarz ja nicht D5 spielen, sondern kann Läufer B4 spielen, nimmt zur Mitch-Indische Verteidigung. Viele Weißspieler wollen das nicht, nimmt zur Mitch-Indisch, weil sie sagen, nimmt zur Mitch-Indisch, ist eine super starke Eröffnung mit Schwarz, umgehe ich lieber. Und dann spielen sie sowas wie Springer F3, wird sehr häufig gespielt. Oder G3, wie Thanasius jetzt hier in dieser Partie. Thanasius ist übrigens die griechische Ausdrucksweise des Namen Athanasius, wie ihr da liest, aber Athanasius sagt kein Mensch. Auf Griechisch Thanasius sagt man. So, G3 bietet jetzt im Prinzip den Übergang in die katalanische Partie. Wenn Schwarz jetzt D5 macht, dann sind wir nach Springer F3 oder Läufer G2 in der katalanischen Partie. G3 wiederum, und da sieht man so ein bisschen auf Profi-Niveau die Mindgames, die Zugfolgen. Die Zugfolgen sind unheimlich wichtig und je nach Zugfolge ergeben sich neue Möglichkeiten. Und hier nutzt Schwarz die Möglichkeit nach G3, sagt er, nö, ich spiele jetzt nicht D5 und gehe über in katalanisch, was völlig okay wäre, sondern ich spiele C5. Nikolov spielt hier modernes Benoni, bietet er an. Natürlich muss Weiß jetzt hier nicht D5 spielen, kann auch Springer F3 machen, aber D5 ist der beste Zug hier, womit Weiß sich Raumvorteile im Zentrum sichert. Und nach ED5, CD5 sind wir jetzt in der modernen Benoni-Verteidigung über Zugumstellung. Und Weiß hat jetzt hier nicht unbedingt die allerkritischste Variante gewählt mit G3, dieser Fian-Ketto-Variante. Ihr seht also hier sehr viele Zugfolgen, die beachtet werden müssen. Im Amateurbereich eher so what, im Profibereich aber extrem relevant. Im Übrigen, damit ihr einen besseren Eindruck habt von den beiden Spielern, liefere ich euch auch mal die Weltranglisten-Positionen und nicht nur ihren fantastischen Score gegen mich. Mastro-Vasilius ist die Nummer 576 der Weltrangliste mit dieser Zahl von 2523, 42 Jahre alt. Nikolov knapp dahinter 580 der Weltrangliste mit der Zahl von 2522, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wo man in der Weltrangliste liegt mit solchen Zahlen. Es geht hier weiter mit D6, Springer C3, G6. G6 ist typisch modernes Benoni, der Läufer wird auf die lange Diagonale entwickelt hier, hier natürlich, und nicht nach E7. Läufer G2, Läufer G7, alles normale Züge, Springer F3, Ruchade, Ruchade, Entwicklung, Könige werden sie in Sicherheit gebracht. Turm E8, Turm auf die halboffene E-Linie. Turm E1, sorry, ich habe mich verklickt, ich gehe zurück. Turm E8, Turm E1 bereitet den Zug E4 vor. Also Turm E8, Turm E1 bereitet den Zug E4 vor mit schöner Kontrolle im Zentrum. Ja, was spricht für Weiß hier in dieser Struktur oder in dieser Stellung ist, dass er mit D5 schon Raumvorteil hat. Das ist natürlich immer ein Nachteil dieser Eröffnung modernes Benoni, die auch auf Profiniveau so ein bisschen verpönt ist inzwischen. Hier dachte Nikolov tatsächlich 10 Minuten nach, obwohl wir uns weiterhin voll im Theorie-Modus befinden. Ich vermute mal, der beste Zug ist hier Springer BD7. Ich bin kein Experte in dieser Variante. Aber Nikolov spielt A6. Der Zug ist ganz, ganz typisch. Schwarz bereitet B5 vor. Aber Weiß lässt das in der Regel nicht zu und spielt A4. Super logisch. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, ja, wenn ich sowieso kein B5 spielen kann, sofort mit Schwarz, dann kann ich mir das auch sparen im Prinzip. Ja, dann kann ich auch sofort Springer BD7 spielen und es gibt Varianten, werden wir später vielleicht auch erkennen, wo die Engine sagt, der Bauer auf A4 ist für Weiß nützlicher als der Bauer von Schwarz, der schwarze Bauer auf A6, weil ich kann mit Weiß auch in vielen Varianten A5 spielen. Das ist hier von Bedeutung. Aber gut, A6, A4, Standard. Springer BD7, auch Standard. Schwarz muss eine Figur ins Spiel bringen. Es gibt hier immer ein kleines Problem in dieser Bauernstruktur, weil Weiß hier Raumvorteil hat durch diesen Bauern und diese Felder gedeckt. Dieser Läufer auf C8 findet nicht wirklich eine gute Betätigung. Man kann natürlich Läufer G4 spielen und den abtauschen, aber dann kriegt Weiß das Läuferpaar gratis. Und dann auch noch Raumvorteil im Zentrum, sagt man Danke. Möchte man als Schwarzer nicht. Springer BD7. Läufer F4 entwickelt den Läufer, greift den D6 an. Es droht nicht wirklich Läufer schlicht D6, wegen dieser Repostedame B6 hier. Deswegen spielt Schwarz hier Springer H5. Statt Springer H5 gibt es hier noch die Idee mit Springer G4. Wollte ich noch kurz darauf hinweisen, mit der Idee Springer E5 hier. Eventuellen Springer abtauschen. Und durch Abtausch sich ein bisschen entlasten. Aber Nikolov spielt Springer H5. Wie gesagt, Läufer schlicht D6, läuft in Dame B6 rein. Gegenspiel für Schwarz. Stattdessen Läufer G5 greift die Mama an. Die muss nach C7. Muss nicht, aber ist sehr logisch, da mit C7 zu spielen. Man hätte auch F6 spielen können. Springer F6. Aber da mit C7 ist natürlich der logische Zug. E4. Sehr logisch. Weiß besetzt das Zentrum mit einem zweiten Bauern. Und stützt den D5. Es geht weiter mit Turm B8. Super logischer Zug. Man kann Schwarz überhaupt keine Vorwürfe machen. Bereitet B5 vor. Und jetzt spielt Mastro Vasilis hier saustark. Findet einen extrem starken Zug. Vielleicht kannte er ihn auch. Er spielt G4. Greift den Springer an. Der Springer muss zurück nach F6. Springer H F6. Greift den G4 an. H3. Was hat Weiß damit erreicht? Viele von euch haben ja immer Angst, die Bauern vor dem König vorzuschieben. Aber hier ist es so. Hier hat Weiß Raumvorteile im Zentrum. Schwarz kann am Königsflügel sowieso nicht angreifen. Und Weiß schiebt den Schwarzen im Prinzip ein. Auch am Königsflügel schiebt er die Bauern vor und sichert sich noch mehr Raum. Es geht weiter mit B5. Logisch. A schlicht B5. A schlicht B5. Schwarz hat ein bisschen was erreicht hier am Damenflügel. Mit den zwei Bauern. Und möchte auch die Bauern weiter vorschieben. Das ist total normal. Aber jetzt kommt hier ein ganz, 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 ganz typisches Verfahren. Typisches Motiv in diesen Strukturen. In dieser Benoni Struktur. Jeder Spieler von Welt hat das schon mal gesehen. Jeder Spieler, der schon lange dabei ist. Jeder D4-Spieler. Jeder gegen modernes Benoni-Spieler oder Königsinnenspieler weiß das. Was spielt hier Weiß? Welches Motiv kommt hier zum Tragen? E5-Spieler oder Königsinnenspieler weiß das. E5-Spieler oder Königsinnenspieler weiß das. Der typische Benoni-Durchbruch. Das ist auch geiler Schach-Slang. Der typische Benoni-Durchbruch. Kann man in sonstigen Kontexten Null anbringen. Würde jeder nur einen doof anschauen. Aber in einer Schachpartie. Super Ausdruck. Auch sehr gern gesehen bei Weiß. Was soll Schwarz machen? Er muss den Bauern schlagen. D schlicht E5 ist das kleinste Übel. Das hat Nikolov jetzt hier gespielt. Es geht weiter mit D6. Und das ist natürlich die Pointe letztendlich des Durchbruchs. Ich kann mit dem D-Bauern weiter vor. Und habe hier ein super Freibauern auf der D-Linie. Die Engine sagt jetzt, gehen wir mit der Dame zurück nach D8. Aber nach Springer D5 hat Weiß riesige Initiative. Und großen Vorteil. Ich meine, Schwarz hat nicht wirklich einen großen Fehler begangen. Und trotzdem hat Weiß Vorteil. Da sagt eine Menge über die Eröffnung aus. Modernes Benoni ist einfach extrem schwierig. Und damit meine ich wahrscheinlich nicht mehr korrekt einfach. Auf höchstem Niveau. Oder generell, wenn man das objektiv betrachtet. Es ging hier weiter mit Dame B6. Logischer Zug. Und hier findet Thanasis eine Reihe von besten Zügen. Er haut hier den Springer raus auf F6. Läufer schlicht F6. Macht Platz für den G-Bauern. Läufer schlicht F6. Wieder das kleinste Übel. Springer schlicht F6. Springer schlicht D5. Ist einfach gut für Weiß. Und er steht einfach klar besser. Läufer schlicht F6 von Nikolov. Aber jetzt G5. Bester Zug. Läufer G7. Springer D5. Bester Zug. Es war wichtig, zuerst G5 zu spielen, um das Feld F6 zu kontrollieren. Weil Dame schlicht D6. Geht jetzt nicht. Wegen Springer F6. Schach. Und Gewinn der Dame. Deswegen war G5 so wichtig. Schwarz muss die Dame zurückziehen. Nach D8. Und jetzt kommt eine weitere Invasion. Turm A7. Der Turm kommt auf die siebte Reihe. Ganz typische Züge hier. Ich kenne natürlich auch diese Stellungen. Insbesondere aus schwarzer Sicht. Weil ich als Königsende-Spieler. Auch immer wieder. Auch insbesondere in Blitzen oder Rapid. Immer wieder in solche Stellungen hineingeraten bin. Dann opfert Weiß häufig automatisch auf E5. Den Bauern zieht durch den D-Bauern. Springer D5 hinterher. Der soll nach E7 Schach geben. Sich reinpflanzen hier. Und da spielt sich so ein bisschen von alleine. Diese Motive kennt man einfach als Beispiel. Und hier fiel Nikolov auf. Wie schlecht er steht. Er dachte jetzt 20 Minuten nach. Und spielte Läufer B7. Möchte den Springer hier natürlich tauschen. Aber Weiß spielt natürlich Springer E7 Schach. Der Springer geht rein. Greift den König an. Ja. Praktisch wäre es vielleicht am besten gewesen. Hier die Qualität zu geben. Turm E7. D-E7. Dame E7. Weiß steht auf Gewinn nach Springer H2. Springer F8. Springer G4. Und schwarz kann sich kaum noch rühren. Wegen den Fesselungen. Und Angriffen. Aber vielleicht hätte es Weiß da ein bisschen schwieriger gehabt. Es ging weiter mit König F8 hier. Und hier dachte Mastro Vasilis 26 Minuten nach. Gab einiges zu rechnen. Und er fand hier den allerbesten Zug. Und überhaupt. Er spielte sowieso wie aus einem Guss. Abzug. 18 irgendwann ab. Seitdem er alleine unterwegs war. Vorher natürlich immer sein Theoriewissen abgespult. Aber er spielt ja eine super Partie. Springer H4. Bester Zug. Sehr konkret. Er geht auch sehr konkret vor. Das ist natürlich auch typisch. Ab einer bestimmten Spielstärke. Sucht man natürlich auch nach konkreten Möglichkeiten. Springer H4 ist konkret. Weil es greift den B7 an. Hier denke ich wäre es konkret am besten gewesen. Läufer G2. Springer G2 zu spielen. Es ist zwar verloren. Aber man kann natürlich noch Turm A8 probieren. Turm C7. Weiß steht natürlich übelst aktiv hier. Es droht allerdings Springer C6 mit Damen gewinnen. Nein, das stimmt nicht ganz. Der Bauer auf G5 hängt noch. Weiß hätte zumindest noch ein bisschen was zeigen müssen. Aber es kam Dame B6. Was würdet ihr hier spielen? Ihr seid dran. Es ist orientiert komplett gewonnen für Weiß. Inzwischen. Der Turm ist angegriffen auf A7. Und jetzt kommt eine wunderschöne abschließende Kombinaison. Kombination natürlich. Turm schlägt B7. Turm schlägt B7. Dame D5. Greift den Turmann auf B7. Man könnte jetzt meinen irgendwie so, ja und? Wo ist das Problem? Der Turm kann doch wegziehen. Das tat auch Nikolov. Turm A7. Er war schon so ein bisschen mürbe von der Verteidigung. Das ist typisch. Das ist ganz, ganz typisch. Das ist ja nicht Stockfisch, der spielt. Oder das ist auch nicht Magnus Carlsen. Das ist halt ein normaler Großmeister. Der wird auch irgendwann müde. Und Turm A7 ist ein Big Blunder. Und lässt ein wunderschönes Finale zu. Finale Furioso. Seht ihr es? Kann die Datenzüge berechnen, Freunde. Wo ist das Matt? Wo ist das Matt? Es gibt zwei Möglichkeiten, das Matt zu forcieren. Mastro Vasilis spielt die Dame schlicht F7. Schach. Opferte hier die Mama. Und der Gegner gab auf. Warum? Wegen König F7. Läufer D5. Schach. Der König muss nach F8 zurück. Gibt kein anderes Feld. Und hier Springer schlicht G6. Der eine oder andere ist egal. H schlicht G6. Springer schlicht G6. Mastro Vasilis. Genau. Schach Matt. Schönes Matt, ne? Und der Bauer hier auf D6 deckt das Fluchtfeld. Der Läufer deckt das Fluchtfeld. Fluchtfeld F7 und G8. Schönes Matt. Toller Abschluss an einer tollen Partie. Dame F7. Man hätte übrigens auch mit Springer H schlicht G6 beginnen können. Springer H schlicht G6. Damit der König hier nicht weglaufen kann. Also nicht Springer E schlicht G6. Und dann H schlicht G6. Und jetzt Dame schlicht F7. König F7. Läufer D5. König F8. Genau die gleiche Variante. Letztendlich in grün. Tolle Partie. Muss man sagen. Aus einem Guss. Ich weiß, wie erhaben es sich anfühlt, wenn man so eine Partie aufs Brett klatscht. Insbesondere gegen einen starken Gegner. Auch einen Großmeister. Mir ist das auch schon gelungen. Noch nicht so super häufig in meiner Karriere. Aber es ist halt wirklich so ein unglaublich erhabenes Gefühl. Man fühlt sich danach wie auf Wolke 7. Wirklich. Man schwebt danach. Aus dem Saal. Hier bin ich. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Checkt auch meine anderen Kanäle aus. The Big Rig Highlights und The Big Rig Shorts. Und natürlich meldet euch für meinen Newsletter. Komplett kostenlos. Habt ihr was von. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.